Fröhliche, offene und kreative Teamplayerin, die gut und gerne ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellt. Hallo, mein Name ist Julia Helmer und ich besuche das fünfte und somit finale Schuljahr an der VB Schirmongasse. Viele beschreiben mich als engagiert, zielstrebig, sozial und abenteuerlustig. In den letzten fünf Schuljahren habe ich einen enormen schulischen sowie persönlichen Wandel durchlebt. Von einer demotivierten Schülerin zu einer Person, die dank einer Autoimmunerkrankung Engagement und Ambition entdeckt hat. Auf dieser Reise habe ich auch vor allem meine Leidenschaft für Sprachen, insbesondere für Französisch, entdeckt. Besonders stolz bin ich auf meine Teilnahme am Sprechwettbewerb Saksmulti, bei welchem ich zweimal ins Finale aufgestiegen bin, einmal auf Deutsch und Französisch und das andere Mal auf Deutsch und Slowakisch. Ich spreche dabei über sehr präsente und menschenrechtliche Themen, wie zum Beispiel Rassismus. Ein kleiner Ausschnitt. Les droits fondamentaux à la liberté, à la sécurité, à la propriété ainsi qu'à la résistance à l'oppression devraient être garantis à chaque individu. Um meine Französischkenntnisse nochmals zu vertiefen, habe ich auch das DELF-Zertifikat auf dem Niveau B1 absolviert und mich bereits auch schon für das B2-Niveau angemeldet. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit meinem Hund spazieren, reise auch sehr oft und im Winter bin ich leidenschaftliche Skifahrerin. Heute möchte ich mich außerdem bei allen meiner Unterstützerinnen für die letzten fünf Jahre bedanken. Auf meine bisherigen Erfolge bin ich sehr stolz und ich fühle mich jetzt schon wie eine Gewinnerin. Merci beaucoup.